So, wer macht die Begrüßung, haben wir gar nicht festgelegt jetzt. Ist egal, Mann. Ich war letztens. Aua, ich hab letztens. Ey, hör auf zu hauen. Hier ist ein Schwein drin. Pass auf, jetzt kriegen wir noch. Und zurück bei Minecraft. Tag it. Wo die alle abhauen hier. Die ganzen. Jetzt lass doch endlich mal das Schwein in Ruhe hier. Aua, ich bin kein Schwein. Du willst geschlagen werden? Ha, ich bin king. Ich hab ein Schwein gekehlt. Und Tag it leid. Naja, sag ich doch. Hier, mit. Mit Hossman. Und mit Hossman. Und Svenny. Und Poco. Den schwulen Piraten hier. Und meinerseits Poco, genau. Den schwulen Pirat. Und wir haben eine neue Mod, wie ihr seht. Was denn? Welche Mod? Ah, hier die. Die Schader-Mod. Das heißt Shader. Schader. Shader. Schader. Sieht das nicht herrlich aus? Was auch nie. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Mods noch. Also dazu gemacht. Aber die kommen ja später in Erklärung. Ich will euch mal, ich will euch was geben. Kann es mir gleich geben. Ich gebe mal hoch und. Ich will einem das Schad verhauen. Ich muss mal nach unten. Willst du Hauer haben? Nee, ich muss mal nach unten. Wir fangen halt an mit der Brücke zu bauen. Habt ihr das jetzt zu sagen. Ähm, nee, ja. Oh, ich will euch trotzdem was geben. Hau? Wenn du sammelst. So, ich muss mal hier was größer machen. So. Das ist das. Das ist das. Traum, Mann. Nee, ich will euch trotzdem was geben. Was will ich geben? Ich bin unten, wo die Maschinen sind. Oh, jetzt hab ich einen Fehler. Das wirst du gleich sehen. Ein Geschenk. Ein Geschenk auf gute Freundschaft. Nee, wo seid ihr jetzt? Ich bin unten. Die ganze Zeit neben dir. Wo dir Slavodings unten ist. Du bist neben mir? Wo bist denn du? Ich war gerade neben dir. Wo bist du denn? Ach, hier. Hier, komm her. Hier, komm her. Kriegst du was. Ich baue nur gerade. Ah, das Pocket. Ja, ja. Das ist ein Fächer. Da kannst du jetzt in Luft zufächeln. Ich kann auch einen Scharf schlagen damit. Cool. Komm her. Nein, lass das mal. Funko, wo bist denn du? Unten. Ja, wo ist unten? In seinem Loch. Wie ist denn der runtergekommen? Hier durchs Loch gefallen. Einfach die Treppen runter. Und weiter? Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, wie er voll gemistet hier im Inventar. Das gibt's doch gar nicht. Ja, kriegst du was. Zeig, gib mal. Hinter dir. Cool, oder? Ich bin noch was voll. Das haue ich denn da. Quick, quick, quick. Hast du noch Platz für Stakes? Oder für Federn? Gib her. Und hier vorne. Nee, danke. Ich muss mal noch dran. Ich sehe nix. Ja, genau. Was ihr heute macht, wisst ihr, oder? Ja, ich baue erst mal hier unten ein bisschen mal weiter aus. Was denn das? Weg damit. Das brauche ich einen Stein. Ich gehe erst mal ganz kurz. Ich gehe mal. Ach, das weiß nicht aus. Alles unterschiedlich. Ich sag schon. Ich gehe erst mal ernten hier alles. Ich muss erst mal hier weit. Damit wir fressen haben. Können hier essen. Ähm, Pungo, kommst du mal kurz hoch? Warte mal gleich, 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 gleich. Ich baue bloß hier unten schnell mal. Ich muss eh mal hoch, was auslageren. Ähm, ins Gewächshaus, wenn es geht. Ich komme. Ähm. Du wirst ja, wo das Gewächshaus ist, oder? Ja. Dann komme mal, bitte. So dunkel. Da komme, da kommt trotzdem das Gewächshaus. Ich brauche, ich brauche dich mal. Beziehungsweise. Ähm, du siehst doch hier diese Holzblöcke da, nur. Hier? No, siehst du da, oder? Wo die Fakten drin sind? No. Du hast doch, du hast doch eine Säge, oder? Die habe ich oben in meinen Dings, was du willst, wo du die teilen kannst, vierteln sehen kannst. Ja, genau. Weil, könntest du mir da, könntest du mir da viertel machen? Ich kann ja auch die Säge runtergeben. Warte mal. Ich muss eh was mal auslagern. Ich habe das noch nie gemacht. Jetzt da brauchst du bloß hinlegen. Die Säge rein im Inventar, und da oben nach unten entweder die Steine. Das zeigt dir dann an, was für eine Form rauskommt. Das ist eine gute Idee. Ist die noch gut, die Säge? Ja, zur Hälfte. Ist ja kein Diamant, ist ja bloß ein Eisen. So, das kann ich mal gucken. Und das kommt hier rein. Aber auch nicht. Das brauch ich. Weil das wäre nicht schlecht. Weil die Dinger sind ein bisschen klobig, weißt du. Aber das siehst du ja selber. Oh, das ist fast runter. Aber die wird noch eine Zeit reichen. Könntest du da mal ganz kurz ins Lager hintergehen? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Äh, 20 solche Hölzer mitbringen. Wie du gesehen hast. Trote Hölzer. Diese Vollhölzer. Ah, diese Vollhölzer. 20 Stück. Ne, warte mal. Brauchst du gar nicht. 10 reichen, glaube ich. Ach, bring trotzdem 20 mit. Ich kann sie ja wieder zurückschaffen dann. Gut, ich hab's. Weil da kann ich, da probiere ich das mal hinten aus mit dem Sägen. Irgendwas hat jetzt gerade gegrunzt, kann das sein? Nein. Ich werfe dir mal jetzt die Hölzer hier gerade aus hin. Warte. Und die Säge auch. Moment. Jo. Firma dankt. Bitte. Ich habe das Ziel. Dreimal auf Holz gekloppt. Oh, ist er endlich mal Holz abgesägt oder was? Wie mache ich denn das jetzt mit den Tönen? Einfach reinlegen, ist egal. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon. Die Säge oben und unten, und da zeigte der an, und entweder seitlich sägen, da musst du die Säge oben und unten machen, da tut er einen Schnitt von oben machen. Und wenn du es zur Seite machst, macht er einen Schnitt so diagonal. Wiss ich es mal? Ah. Gehen wir hier erstmal ins Battle? Jetzt schon? Jetzt schon dunkel draus. Oh. Ich hab Angst. Ich muss ja rüber jetzt. Was hab ich gesagt? 20 nur? 10 hab ich gesagt nur. 10 hast du gesagt. Ich lieg im Bett, kommt aber endlich. Schösser. Du kannst auch weitermachen, mir ist das egal. Das müsst ihr wissen. Gut, ich komm ja schon. Warte, ich komm hoch. Oh Gott, ich muss ja schon mal fressen. Ja, auch. Ach, rum zu heulen. Jetzt komm ins Bett jetzt hier. Der macht sein schwulen Piraten-Image. Alle Ehre. Ja. Komm ins Bett. Ah. In der Hand dort spielst du mich dort mit nah. Na, was hab ich in der Hand? Von der Kartoffel oder Brötchen? Ja. Frag doch einen Sven, wenn er vorbeikommt. Vielleicht sagt das der ja. Wissen das... Ja. Ich muss sie wissen, oder? Ich muss sie wissen. Es ist eine giftige Kartoffel. Kannst du auch essen. Oh, oder stehst du mehr drin? Ja, genau. Jetzt hat er die noch gegessen. Na klar. Und dann stirbt er noch halt. Ja, dann heult er wieder rum. Ich heule nicht. Du musst ganze giftige Zeug essen und wir kriegen die Steaks. Ach so, jetzt muss ich mal was. Ist ja immer so bei euch. Ich als der einzigste hart arbeitende Bürger hier krieg nur das Schlechte. Hart arbeitender Bürger. Was? Nicht. Nicht wirklich. Oh ja. Haben wir Feuerstein rein zufällig? Ja. In Kisten suchen, bitte. Wollte ich gerade sagen. Ja, mir geht so Kies. Das kann ich auch machen. Ach so, gibt's ja Gold oder sowas? Cool. Wo bist denn du? In der Bude, wo das Schaltsystem reingelden. Okay. Ich sag mal einfach mal okay. 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 Was soll denn das? Jetzt ist es sortiert. Irgendwas grunzt hier. Ich verstehe nicht, warum das auf der umgeackerten Gelümpfe Gras entsteht. Normalerweise darf das gar nicht passieren. Irgendwas. Normalerweise darf das nie passieren. Ach, Wasser rein. Boah rein. Ah. Hab ich so weit hochgekramen? Äh. Sauerei hier. Äh. Noch zu. Minenarbeiter leben, gefährlich. Äh. Wie kommst du denn da rauf? So. Hack hier ein bisschen, äh, Sand und Dreck ab hier, auch wenn man kommt. Wasser überall runter. Passiert? Nee, das ist doch so. Nee, das nicht. Nee, scheiße. Ach, ich sag's mal so, immer geht das schon. Oh nee, hab schon wieder so eine schlechte Ahnung hier. Hab ich das richtig jetzt? Ja. So soll das eigentlich nie sein. Haben wir die Säge noch? Ja, hier. So sollte das eigentlich nicht sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay. Das Loch muss zuhören. Scheiße. Ja, sowas wollte ich haben. Okay. Sowas wollte ich haben. Kohle. Yeah. Und kleine Fuhrerwasserbestände sind da. Ey, ich lass mal lieber zu, ja. Oh. Wie komm ich denn da hin? So, fangen wir an. Mit was? Dumm. Super. Butter ist wirklich mal. Betul. arde. kaputt gegangen fix ja alles kaputt dass ich bei der junge das bekomme ich dort hoch ich merke schon ich hoffe dann nur dass es dann noch dran passt jetzt passt jetzt passt keine fackel mehr dran also bist du ja also hier die kartoffeln sowas sind also muss man klosteine 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 habe ich ja aber nur klosteine keine kloste und habe ich da nie du hast gesagt du hast welche also hat doch mal schnell hier diese maschine ist so ist alles wieder cool die sind ja fertig wenn sie kartoffeln so ich weiß ja heute wie das aussieht genau ich muss in die was brauchst du das da drinnen ja